Oh, fluffig. Du musst mir doch eine Einladung schicken. Ja, ich bin gerade dabei. Ich musste gerade gucken, dass ich der falschen Person eine Einladung schicke. So. Hallo, lieber fluffige Panda. Ja, ich bin ein fluffiger kleiner roter Panda. Du bist süß und knoddelig. Sehr süß und knoddelig. Der süßeste, ja der süßeste, was ein Panda ist. Oder auch ein Tanuki, so heißen die glaube ich in Japan. Echt? Rote Pandas, also Panda mit rotem Fell. Ne, also die roten Pandas kenn ich ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wie die in anderen Sprachen heißen. Ne, die kommen ja aus Japan. Die rote Pandas, das ist kein Panda, das ist ein Waschbär, sorry. Sagt aber ein Panda. Na gut, eigentlich, zumindest bei Planet Zoo und auch hier heißt das Kostüm roter Panda. Seltsam, aber das ist ja kein Panda. Egal, wisst ihr was, ich bin kein ähm, ähm, äh, Biologe, ich weiß bloß, äh, wir spielen, äh, wenn's ich denn doch nicht so süß anziehen sollen. Äh? Du siehst, was ich da gemacht habe? Ich muss auf jeden Fall gleich kurz die in der Musik wieder lauter machen, die ist, äh, glaub ich, etwas sehr leise. Zumindest bei mir? Ja, bei mir geht's. Ich muss sie mal runterstellen machen. Ja, ich hatte sie beim letzten Mal runtergestellt. Äh, hallo Thomas, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir? What up, Tee? So. Lass mich durch. Mäh. Lass uns runterfahren da durch. Schnick... Ah! Schnickerdudel. Was? Schnickerdudel? Das ist ein, äh, Süßigkeit. So nennt man, glaub ich, so eine Art Schokoladenbar. Okay. Lass mich durch. Hier. Huuu. Also was wie Snickers bloß. Geschafft. Geschafft so und jetzt einmal kurz den Ton. Ha, komm schon. Ja, stehen. Das war, das lachen. Oh, ich bin ausgeschieden. Echt? Dang it. Also ich hab's geschafft. Ja, das tust du immer. Nein, immer nicht, immer nicht. Ah, öfter. Öfter ja, aber nicht immer. Egal. Kennst du mir jetzt zu sehen? Tui. So, mal sehen, was als nächstes kommt. Ja. Necum. 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 Das habe ich ja jetzt mit der kleinen Cleo ja nicht mehr, da muss ich ja früh aufstehen. Bevor, damit es keine Missverständnisse gibt, Cleo ist Welpe. Ja. Ich will nur nicht, dass die Leute glauben, dass du ein Kind hast. Nee, aber eigentlich sollten die, die da sind, eigentlich vom Welpen reden. Ich muss, ich will nur ganz sicher gehen. Ganz, ganz sicher. Bitte keine falschen Meinungen, damit es hier keine Fake news gibt. Ich glaube, das mit dem Kind wäre aufgefallen. Oh. Oh. Mal gequengelt. Ja gut, mit einem Kind könnte ich das ja nicht mehr machen. Zumindest nicht mehr in dem Ausmaß, wie ich es gerade tue. Ja. Und den Sporttag? Machst du es ja, glaube ich. Hä? Du streamst ja jetzt jeden zweiten Tag, glaube ich. Äh, nicht unbedingt. Manchmal stream ich jeden Tag. Manchmal alle zwei Tage und manchmal sterbe ich auch hier ganz oft und diskret. Meine Konzentration liegt gerade bei null. Sorry. Okay. Aha, das ist gut. So, das habe ich ja schon mal geschafft. Dann schon geht die Konzentration flöten. Ja, so ein bisschen. Ich, 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 ich rolle da so ein bisschen runter. Ja, das war witzig. Du kannst es, okay, du kannst es nicht mehr schaffen. Du kannst es noch. Nein. Nein. Ah, okay. Ja, 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 das, oh scheiße, Mist. Das Bild hängt. Ja, stimmt. Okay, warte, 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 ja, ich hab was. Ich hab jetzt technische Probleme erst mal. Ja, weil das, das Spiel will irgendwie, ob er es für das Spiel nicht aufnehmen oder nicht aktivieren. Aber es gibt keine Wirklichkeit, wie ich gerade das Spiel streamen kann. So, ich, weil darüber nimmt das nicht. Ich hab schon. Ja, ich, ich hab schon nicht. Äh, jetzt funktioniert es. Vorhin hat es nicht funktioniert. Okay. Jetzt funktioniert es. Okay. So, hier ist die Musik jetzt schon wieder zu laut. So. Jetzt geht's. Und da geht's weiter. Ja. Ich weiß auch nicht, was OBS gerade hat. Zumindest bei diesem Spiel. Ich mach da grad zicken. Mhm. Hm. 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 Sorry. Ein kleiner roter Panda. So geht's. Nee, das war ein Charakter. Hm. Und wir fliegen. Nein, wir fallen. Ja. Wir fallen hin. Wir fallen hin. Wir fallen hin. Wir fallen hin. Und wir fallen hin. Ja. 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 Beginnt in 10 Sekunden. 7, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Ja, es ist halt der Ladebildschirm. Ja. Es ist, ähm, ja. 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 Es ist, ähm, ja. um zu zeigen, dass es lädt. Okay. Kannst du das nicht in Manche spielen? Ist da so ein kleines Männchen? Ehrlich gesagt dachte ich da meistens nicht so drauf. Du hast echt kein Auge fürs Detail, Mädel. Eigentlich schon, aber nicht auf Ladebildschirmer. Während ein Spiel lädt, tue ich meistens alles andere, aber nicht auf den Ladebildschirmer achten. Ladebildschirmer sind manchmal ziemlich nice. Hängt glaube ich vom Spiel ab. Ich sag ja auch nur manchmal. Also ich habe bisher keine interessanten... Wobei, na doch, Assassin's Creed, da kann man sich wenigstens bewegen. Ja, genau, man kann ein bisschen testen. Ja, das ist cool. Ach komm schon. Bin untergefallen. Wo bist du? Ich bin am Anfang. Ich bin direkt hinter dir. Ganz weit hinter mir. Ne, so weit nicht. Ach, geschafft. Als erster Checkpoint. Ja, den habe ich jetzt auch erreicht. Oh, kommt schon, Leute. Och, das ist jetzt unfair, hm. Ah, kommt schon. Flieg. Flieg. Flieg, obwohl du nicht fliegen kannst. Flieg und sieg, kleine Ohne. Geht er weg. Geht er weg. Geht er weg. Er ist schon drin, ne? Interessanterweise. Oh Gott. Naja, noch ist Zeit. Ja. Noch ist. Oh, ja gut, wenn es so weitergeht, äh. Nein, 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 nein. Noch, komm schon. Ja, das brauche ich nicht machen. Da komme ich nicht drüber. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Ja. Ja. Geschafft. Und zu. Dritter Checkpoint. Oh. Ja. Du bist vor mir. Ja. Mal sehen, wie lange das noch so bleibt. Hey. Oh Gott. Nicht im Weg stehen, Leute. Oh Gott. Ich sagte nicht im Weg stehen. Ja. Ach komm. Wie, willst du nicht, dass die Leute im Weg stehen? Ja. So, ich habe es geschafft. Ich nicht. Immer noch nicht wenigstens. Oh. Bin drin. Sehr schön. Komm schon. Das ist manchmal etwas sehr extrem hier. Pole Guys Extreme. Okay. Jetzt auch in ihrem Spielwarnladen. Any Games, NG Stop. Mhm. Ja, du schaffst es auch noch. Okay. Hoppala. Na schön. Ich mag so einen, äh. Nen, ähm. Wie heißt das nochmal? Hechtsprung. Hm. Ja. Ich bin froh, dass ich mittlerweile weiß, wie dieser Hechtsprung geht. Das wusste ich vorher nicht. Genau. Einfach, äh. Ja. Was auch immer du benutzt. Äh, Controller. Ich könnte, ich kann ja jetzt so selber gar nicht sagen. Ich weiß das immer nur, wenn ich es gerade tue. Ja. Ich gehöre zum Menschen. Ich kann, ich kann, ich kann ein Kontroll. Ich kann ein Kontroll. Ich kann ein Kontroll. Eine Störung kann ich nicht verschreiben, bis ich sie selber nutze. Dann weiß ich es aus dem FF. Mhm. So, was wird wohl die nächste Runde sein? Die euch nicht geschmissen wird. Lass uns was Gutes sein. Oh, das ist. Oh, das geht ja auch. Ja. Ja. Es sei denn, es kommen wieder, äh, es ist das Rollfeld mit den Früchten. Wenn dann noch Früchte geschmissen werden. Ja. Das ist ja schön. Äh, die irgendwo... Das ist ja mies. Die Kanonen? Ich habe, glaube ich, keine gesehen. Ne. Ne. Keine Kanonen. Also keine Früchte, die nach uns geworfen werden. Keine Vitamine. Brauchen wir nicht. Vitamine sind doof und blöd. Und nervig. Oh Gott, das war knapp. Okay, viel. Okay. Abballer. Alter, hört auf, mich hier festzuhalten. Sucht euch ein anderes Opfer. Opfer. Hey. Komm, 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 komm. Haha, sie hat Opfer gesagt. Ja. So. Können doch mal ein paar Leute rausfliegen hier. Ja, das wäre sehr freundlich. Und wer vorkommt, ich würde das sehr bevorzugen. Persönlich. Hupsala. Und. Okay. Okay. Nur noch fünf, die eliminiert werden müssen. Nein. Ah, komm schon. Ich nehme an, du hast das nicht geschafft. Nein. Hm. Hm. Schade. Ich denke mal, ich äh, könnte es... Ja. Oh, geschafft. Sehr schön. Unterfallen sie, die kleinen Männchen. Hm. Jo. There they go. There they going down, yo. Oh. Oh. So, was kommt jetzt? Oh. 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 Ausweichmanöver. Das schaffe ich wieder nicht. Ah. Das, das... Die werfen. Hm. Ich glaube, das Ding habe ich nur zweimal bisher geschafft. Vielleicht. Ah, siehst du, vielleicht wird heute das dritte. Ich glaube nicht. Und es kommt, ähm, Blaubeere und, äh, Erdbeere greifen an. Ja. Nein, 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 nein. Oh, die Erdbeere hat sie erwischt. Aber sie ist ja noch nicht draußen. Oh, die Blaubeere. Sehr schön. Nein. Nein, 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 nein. Ich schaff's nicht. Na? Nein. Du hast doch nicht... Ich hab gar keine Chance. Hm. Hm. Sieht unwahrscheinlich aus, aber... Ich meine... Nein. Wenn das hier nicht auf dieser Kante wäre... Ein kleines... Nein. Ich versuch's gar nicht mehr. Oder? 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 Nee. Hupsi. Wollst du gerade... Runterspringen? Ich wollte gerade runterspringen. Na egal. Ich meine... Musst du nicht so lange warten. Du hast es trotzdem ziemlich weit gebracht. Ja. Naja. Weit. Okay. Boah. Da geht's vorbei. Nochmal. Ich will mir nämlich die... Ähm... Noch nicht? Äh... Ja, ich... Ich guck grad was. Ah... Da... Die Kerze. Ja, die will ich mir demnächst auch kaufen. Ich kann mir zumindest das Oberteil holen. Ha! Ja. Lass mich die... Stücken. So. Äh... So. Perfekt. Oh. Okay. Und wir fallen. Mal wieder. Mhm. Immer wieder. Ich kann mir ein richtig schönes Video vorstellen, so... Wenn der Ladebildschirm zu Ende ist. Boom. Unten aufprallen. Uh, mein Essen kommt. Danke. Pizza Alkohol. Das sieht doch eher nach Rot aus als nach Pizza. Danke. Danke. Mhm. Du stehst da ja noch. Ich muss sehen, wie ich verliere. Lecker. Was hast du denn? Ich habe auch schon. Ach so. Du bist doch auch schön fest. Ja. Ich mümmel vor mich hin. Mö, 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 mö. Ja. Okay, wieder zuer Hunger. Ja. Zu Gessen. Mein Schatz, du willst live dabei sein, wie ich verliere. Hey. Ich verliere, wenn schon. Schon. Ja gewonnen. Aber ich bist ja auch noch nicht. Hoffentlich aber. Du bist aber bis diesmal vorne. Hm. Was nichts bedeutet im Endeffekt. In diesem Spiel bedeutet das echt wenig. Vorne zu sein ist einfach, äh. Ja. Man ist einfach vorne. Ja. Komm schon. Jetzt aber so. Nein, ich habe Nutella an meinem. Oder Milka als Schokolade an meinem Ding. Arm. Okay. Ich bin gleich bei der Rampe. Ich bin dran. Hey. Sehr schön. So. Mal sehen was jetzt. Ob ich es vielleicht auch schaffe diesmal. Ja. Komm schon. Oh, natürlich bin ich ausgeschieden. Ja. Dann siehst du mir halt wieder zu. Mhm. Diese Begeisterung. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mal sehen. Ne. Das habe ich noch nie hingekriegt. Yeah. Bis kurz vor sie. Bis kurz vor sie schlafe ich es. Danach nicht mehr. Ja. Ah. So wie ich gerade. Mhm. Ja. Und du bist draußen. Aber du bist ein. Oh. Nein, nein, nein. Uh. Oh. 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 Oh nein. Oh. Das ist ja nicht so cool. Ja. Okay. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 ich weiß nicht ob du das auch gesehen hast vielleicht habe ich das auch nur gesehen das war sie nicht nicht so du schaffst doch wenn ich jetzt nicht das ist aber diesmal eine andere runde so kenne ich das tatsächlich gar nicht mit den fliegen da ist sonst immer noch so ein bolzen der einen immer runterkickt ja die machen das ja meistens hin und wieder mal kleine änderungen zu den maps ja die hier kenne ich noch nicht die änderung tough crying cookie das meinst du hast dich also ist ein bisschen sprüchlich aber hey ich meine wie tough kann ein cookie sein wenn er weint aber ach komm schon die ente an besten 20 prozent respekt sagst du das gerade von dir selbst ich habe halt nicht damit gerechnet dass ich schaffe schon wieder die fliegenden früchte mal sehen ich habe mich gerade gedehnt ich wundern alles gut aber es sind diesmal nur diesmal können 13 durch die früchte auch größer vielleicht noch hat sich niemand qualifiziert die 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 laufige du noch nie gelaufen bist. Du Hund. Du hast es geschafft, sag ich doch. Fluchen hat geholfen. Ja, du Hund ist aber seltsam. Ja, ich kann ja hier keine bösen, bösen Wörter verwenden. Wobei, ist das für mich ab 18? Ja, aber... Ne? Weil ich bei Geralt das H-Wort sagen darf, darfst du, glaube ich, noch Stimme verwenden. Ich möchte dich ja ausfordern. Gut aufladen. Und die Pinguin-Patrouille. Packe und Halt deine Punkte für dein Team zu holen. Das ist sehr episch, deswegen spreche ich in dieser Stimme. Äh, okay. Ah! Die sind auch ziemlich witzig gemacht. Also sehen witzig aus, sag ich mal so. Nein, 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 nein! Mein Pingu! Ah, nein, Entschuldigung! Gib mir den Pingu! Oh! Wein! Oh nein! Pingu! Pingu! Ja, da, da, da! Nein, 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 nein! Weg da! Nein, lass mich, lass mich, ist mein Pingu, ist mein Pingu, sag mal, wie können die sich um den Spielzock schreiten, mein Pingu und mein Logo, sag mal, gib mir den Pingu, den Spielzock für alle da, ihr müsst euch nur, nein, leider ja nicht, ihr müsst euch nur abwechseln, ich glaube, das spüre ich mir auch, oh ja, das solltest du tun, das ist ja, also, alter, gib mir den Pinguin, gib Pingu, 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 ja, ich glaube, du bist im Team Rot, oder, hallo, Pingu, ich kann nicht, gleich reagiere ich mir auf das, was du sagst, ich bin nur, Ja, ihr habt es nicht geschafft, aber doch, ihr habt es für die zweite Runde geschafft, ihr seid zweiter geworden, stimmt, also habt ihr es doch geschafft, Ich bin fertig, kaputt, manch, ach, alles zusammen, fertig, kaputt, durch, mit dem Leben und mit dem Spiel, so, mal sehen, was geht für dich, hallo, das ist, ähm, das ist öfter mal die letzte Runde gewesen, Nicht immer, es gab, glaube ich, mal eine letzte Runde, wo, äh, nicht immer, es gab, glaube ich, mal eine letzte Runde, wo, äh, nicht immer, aber da gab es noch, ähm, das Ding ist nervig, sterbe eh, verh, eh darunter, Also noch bist du nicht runtergefallen, ne, das passiert meistens als sechste, oder so, ja, hm, es gibt leider keinen zweiten Platz, das wäre echt ganz cool, Mies sind ja auch die, die tatsächlich so lange auf einem Ding stehen bleiben, und Löcher machen, damit einer runterfällt, Okay, zwei sind schon mal draußen, hm, ich folge gleich, noch nicht, noch ist das letzte Wort, noch ist das letzte Wort nicht darüber gesprochen, das wollte ich sagen, Okay, wieder zwei draußen, fliegen die Zweierpakt raus, run, girl, run, you can do it, you can do it, I can do it, Nein, ich sag, ich sag nur als sechste, jedes Mal als sechste, ach so, als sechste, ich hab als letzte verstanden, ich fliege immer als sechste raus, immer, grundsätzlich, Alter, Feider, ach so, also, ich glaube, du siehst jetzt noch zu, ne, so, nächste Runde, würde ich sagen, ne, Nö, Bis zum nächsten Mal.